Die Lernplattform des Instituts, die wir hier verwenden, ist unter learn.ce.jku.at zu erreichen. Und fürs Login braucht man einerseits den Benutzernamen, das ist der gleiche wie für Kuss. Das heißt im Normalfall die Matrikelnummer mit führendem K und mit acht Stellen, also mit acht Ziffern dann eingegeben. Das Passwort muss man beim ersten Login anfordern. Dazu einfach bitte auf Passwort vergessen klicken und hier die E-Mail-Adresse angeben, die auch in Kuss für den jeweiligen Account für diese Matrikelnummer hinterlegt ist. Wenn man es nicht geändert hat, ist es dieser E-Mail-Alias, also k-matrikelnummer-at-jku.at oder students.jku.at. Wenn man es geändert hat, dann bitte die jeweilige E-Mail-Adresse angeben, die jetzt in Kuss hinterlegt ist. Wenn hier dann diese E-Mail-Adresse zu diesem Account erfolgreich gefunden wurde, dann trifft ein E-Mail mit einem generierten Passwort ein. Falls das nicht funktioniert, liegt es üblicherweise daran, dass die E-Mail-Adresse nach dem Import der Daten in unsere Lernplattform geändert wurde. In diesem Fall bitte einfach bei uns melden. Wir können dann das Passwort zurücksetzen bzw. die E-Mail-Adresse anpassen, sodass ein eigenes Passwort angefordert werden kann. Wenn man sich dann einloggt, dann ist man mit dem Dashboard konfrontiert. Das Erste, worum wir bitten würden nach dem ersten Login, ist gleich dieses generierte Passwort zu ändern. Es wird zwar nirgendwo gespeichert, ist aber auch nicht außergewöhnlich sicher. Das heißt, hier oben rechts oben im Menü unter Benutzerprofil das alte zugesendete Passwort eingeben und ein neues Passwort eingeben. Auf Passwort ändern klicken und damit hat man das Passwort dann angepasst. Wie es jetzt weitergeht und wie man jetzt in die Kurse reinkommt, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wie es jetzt weitergeht und wie man jetzt in die Kurse reinkommt, das sieht aus.